hallo und willkommen zu einem kpop unboxing heute kommt twinkle dran von girls generation tts hier ist die frontseite mit tiffany, taeyeon und sohyeon noch mal die rückseite ja dann kommen wir zum inneren also das ist mal eine ganz große fotokarte dann also das ist album besteht fast nur aus fotocards also fast die postkarten genau dann haben wir hier noch mal werbung dann haben wir hier eine fotocard dann haben wir hier taeyeon tiffany sohyeon dann hier nochmal taeyeon mit orangenen haaren also aus der gruppe ist taeyeon wirklich mein favorit also sie kann wirklich super singen und sie ist einfach zauberhaft dann haben wir hier tiffany sohyeon taeyeon tiffany und sohyeon tay queens die rückseite ist eigentlich immer fast dieselbe Sochan Und der Puppe Hier wieder mal ein Guckenfoto Taeyeon, Tiffany und Sochan Dann Taeyeon Tiffany Sochan Hier ist die CD drinnen Ich mach's mal auf Da sieht man hier Taeyeon Sochan, Tiffany Sogar zweimal drauf Achso Es ist gespiegelt, ok Hier sieht man noch die Checklist sogar Wenn das mal fokussieren würde Komm schon, das schaffst du Ich hab's mal auf Twinkle Baby Steps OMG Library Goodbye Hello Love Sick Checkmate Also von dem Album gefallen mir Twinkle Baby Steps Und Library Das ist wirklich eine meiner Lieblingsseite Das ist wirklich eine meiner Lieblingsseite auf dem Mal Hier dann nochmal Fokussiere Ja Egal Ähm Twinkle Baby Steps OMG Library Goodbye Hello Love Sick Und Checkmate Dann hier nochmal die Frontseite Dann hier nochmal die Frontseite So Twinkle Ghost Generation TTS Dann hier nochmal die drei Members aus Suhyeon, Taeyeon und Tiffany Ja, das war's von dem Unboxing, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss